Vratcha Pada Adho Mukha Vrikshasana ist der Handstand mit gebeugten Knien, die Füße auf dem Gesäß. In den Knien und Hüften hast du dabei die Form eines Blitzes. Vratcha heißt ja Blitz. Im Handstand beugst du die Knie und gibst die Füße auf das Gesäß. Und dann bist du in Vratcha Pada Adho Mukha Vrikshasana. Und dann bist du in Vratcha Pada Adho Mukha Vrikshasana.